Gut, also wir haben letzte Woche mit einer Serie begonnen, die ich ganz gerne mit euch fortführen würde, würde so Gott will, und zwar über die Eigenschaften Gottes. Wir haben gesehen, Paulus warnt uns, wenn jemand einen anderen Jesus bringt, ein anderes Evangelium oder einen anderen Geist, der sei verflucht, haben wir letzte Woche gelesen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Dinge, die von Gott erkennbar sind, weil er sie offenbart hat, auch kennen, dass wir wissen, wer Jesus ist, wer der Jesus der Bibel ist, was sein Evangelium ist und wie sein Geist wirkt. Weil wenn wir nicht wissen, wie der Geist Gottes wirkt, woher sollen wir dann einen anderen Geist erkennen? Und das soll heute unser Thema sein. Wir möchten uns heute mit ein paar grundlegenden Dingen über die Natur und das Wesen und die Person des Heiligen Geistes beschäftigen. Aber zuerst, ich glaube, ich habe letzte Woche eine ganz wichtige Sache vernachlässigt. Wir haben gesehen, dass Gott in sich selbst alles hat, dass der Dreieine Gott ist, der alle Freude, alle Fülle, alles Leben in sich hat. Und deswegen, wenn wir das verstehen, dass Jesus Christus und der Geist und der Vater in alle Ewigkeit eins waren, perfekte Liebe untereinander haben, perfektes Leben geteilt haben, perfekte Fülle ohne einen Mangel geteilt haben, dann wird das Werk von Jesus Christus in unseren Augen größer, wenn wir verstehen, dass zum ersten Mal in aller Ewigkeit Jesus Christus von seinem Vater getrennt war und diese Beziehung unseretwegen zerrissen wurde. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich habe letzte Woche wegen aller Sachen, die gesagt wurden, doch glatt vergessen, das nochmal zu erwähnen. Also das ist auch eine Sache, warum es so wichtig ist, sich diese Eigenschaften Gottes auch mal vor Augen zu führen, weil wir nur darin, wenn wir sehen, wer Gott ist, auch sein Werk für uns mehr und mehr begreifen können, was es bedeutet, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und dass er am Kreuz vom Vater verstoßen wurde. Und das ist auch das, was Jesus Christus im Garten von Gethsemane gefürchtet hat. Er hat gesagt, lass diesen Kelch von mir weichen und dieser Kelch sind nicht die Schläge der Römer gewesen und nicht die Nägel und nicht die menschlichen Schmerzen, sondern dieses, dass Jesus Christus zum ersten Mal seit Ewigkeit her von seinem geliebten Vater getrennt werden sollte und dass sogar sein Zorn gegen ihn kommt. Es ist nicht nur genug gewesen, dass Jesus getrennt wird, sondern dass sich auch der Vater im Zorn, den wir verdient haben, gegen Christus wendet. Also, wenn wir verstehen, dass Jesus Christus seit aller Ewigkeit perfekte Liebe mit dem Vater ist, dann macht es dieses Werk nochmal um ein ganzes Stück erstaunlicher. Heute möchten wir uns ganz gerne mit der Person des Heiligen Geistes beschäftigen. Und ich sehe, wenn man sich so mit den Christen unterhält, dass obwohl wir als Pfingstler sehr viel aus dem Heiligen Geist machen, doch unter uns ein sehr, sehr großes Verständnis vom Heiligen Geist fehlt und wie er wirkt. Und deswegen möchten wir uns das heute gerne anschauen. Schauen wir uns an, 1. Korinther, Kapitel 2, Verse 9 bis 11. 1. Korinther, Kapitel 2, Verse 9 bis 11. Und sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von dem Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Er ist ein Teil von Gott. Und deswegen kann er uns auch von Gott offenbaren. Dem Heiligen Geist ist von Gott nichts verborgen, weil er Gott ist, weil er Teil der Dreieinigkeit ist. Nun, was bedeutet das? Wir haben hier im Jakobus, nicht aufschlagen, ich habe es aufgeschrieben, es ist nur ein Vers. Im Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Das bedeutet natürlich, dass Gott in Ewigkeit sich nicht verändert und gleich ist. In Gott ist keine Veränderung. Nicht in der Zeit, aber auch nicht unter den Personen. Versteht ihr, was ich meine? In Gott gibt es keine Veränderung und keinen Wechsel. In erster Linie bedeutet das natürlich, dass Gott sich nicht über Zeit verändert. Er lernt nicht dazu, er verändert sich nicht, er macht keinen Prozess durch. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, dass in Gott keine Veränderung ist. Also die drei Personen der Trinität, Vater, Sohn und Geist unterscheiden sich in ihrer Person. Ja, sie sind drei verschiedene Personen, drei verschiedene Charaktere mit drei verschiedenen Wirkungsbereichen, aber trotzdem sind sie eins und es ist keine Veränderung unter ihnen. Das bedeutet, der Heilige Geist, der Sohn und der Vater haben alle drei dieselben Eigenschaften. Wir haben letzte Woche von der Einheit Gottes geredet und wir werden, so Gott will, auch von anderen Eigenschaften Gottes noch sprechen. Und wenn wir das tun, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass zwischen Vater, Sohn und Geist, was diese Eigenschaften betrifft, kein Unterschied ist. Ja, wir haben in der katholischen Kirche so die Vorstellung, dass der Vater zornig ist und dann haben wir Jesus, der den Vater besänftigen will und da ist so dieser Konflikt ist zwischen den beiden. Ja, der Sohn, der den Vater besänftigen will, der Vater will uns verdammen in seinem Zorn, aber der Sohn ist lieber und will ihn beruhigen. Das ist nicht Gott. Gott ist in sich eins. Das bedeutet, die Ziele des Vaters sind die Ziele des Sohnes. Der Zorn des Vaters gegen die Sünde ist der Zorn des Sohnes und der Zorn des Geistes gegen die Sünde. Die Liebe des Vaters für die Menschen ist die Liebe des Sohnes und die Liebe des Geistes. In Gott gibt es keinen solchen Widerspruch, wie die katholische Kirche sich das vorstellt. Das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, weil oft eben so ein Bild entsteht, dass der Geist weniger heilig ist. Die Leute, vor allem in der charismatischen Bewegung, ich habe Jen Johnson gehört, sie sagt, der Heilige Geist ist ihr begegnet als blauer, wie so ein blauer Flaschengeist und er ist lustig und er macht blöde Witze. Das hat sie gesagt, das ist der Heilige Geist. Und ich glaube, wir werden von solchen falschen Vorstellungen vom Heiligen Geist, ja von solchen heretischen Vorstellungen vom Heiligen Geist bewahrt, wenn wir verstehen, zwischen Vater, Sohn und Geist gibt es im Charakter keine Veränderung. Sie sind alle drei gleich heilig, sie sind alle drei gleich liebend, alle drei gleich zornig über die Sünde. Es gibt keine Veränderung unter ihnen, außer dass sie drei verschiedene Personen sind und drei verschiedene Dienste haben. Drei verschiedene, was heißt Dienste? Drei verschiedene Wirkungsweisen. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter, der Geist ordnet sich dem Sohn runter, aber trotzdem sind sie drei eins und ich glaube, dass wir da ein richtiges Bild auf die Sache behalten müssen und das bewahrt uns davor, in die Irre zu gehen. Okay, gut, schauen wir weiter bitte und zwar in das Johannesevangelium, wo Jesus uns über den Heiligen Geist direkt lehrt. Also Johannes Kapitel 14 lesen wir bitte. Und zwar ab Vers 15. gleich nach Matthäus, Markus, Lukas. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Johannes Kapitel 14. Aber wir waren ja bei 14. Eins muss doch weiter nach vorne, Josef. Also, Johannes 14, Abvers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, und ich will dem Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Ich glaube, dass wir die ganze Tiefe von dem Text verstehen, müssen wir uns so ein bisschen den Umstand vor Augen halten, wo dieser Text entstanden ist. Ja, Jesus ist hier ganz kurz vor seiner Kreuzigung mit seinen Aposteln, mit seinen Jüngern. Und ihr müsst euch vorstellen, in der Zeit von Jesus hat man im Alten Testament vom Kommen von Jesus gelesen und hat auch gleichzeitig die Texte, die von seinem zweiten Kommen in Herrlichkeit sprechen, hergenommen und hat geglaubt, der Messias wird sie aus römischer Macht befreien. Der Messias wird ein Weltreich etablieren und haben die Verse, die vom messianischen Friedensreich, was noch in der Zukunft liegt, für sich selbst angewandt. Ja, sie haben Jesaja 53 vom Messias, der sterben muss für seine Menschen und den Messias, der in Herrlichkeit kommt, nicht auseinanderhalten können. So, was ist passiert? Ich glaube, dass einige der Apostel durchaus die Hoffnung hatten, dass Jesus sein Reich etablieren wird und dass sie mit ihm herrschen schon jetzt. Ja, manche Apostel haben möglicherweise diese Erwartung gehabt. Und nun sagt ihnen Jesus aber etwas ganz anderes, und zwar, dass er sterben muss. Sie sind verwirrt, sie sind traurig, wie hier im Kapitel 16 steht, und sie kennen sich nicht so ganz aus. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass der Judas Jesus auch verraten hat, um für seine dreijährige Verschwendung, für Erwartungen, die enttäuscht worden sind, dann noch etwas zu Geld machen wollte. Er hat sich erhofft, dass er mit Jesus verherrlicht wird, dass er mit Jesus mitregieren wird vielleicht in diesem Friedensreich. Das sagt die Bibel nicht klar, aber das ist eine mögliche Erklärung. Und dann hat er sich gedacht, okay, wenn dem nicht so ist und Jesus versagt, was aus seiner Perspektive so war. Er musste sterben, er ist verfolgt worden. Das war aus seiner Sichtweise ein Versagen. Ja, und dann hat er sich gedacht, ich mache Geld draus und hat ihn verraten. Jesus ermutigt diese Jünger, die verwirrt sind, die nicht verstehen, warum der Herr zu ihnen gekommen ist, um zu sterben und um sie wieder zu verlassen, was er hier ihnen ankündigt. Und so gibt ihnen Jesus ein Versprechen, eine Verheißung auf den Heiligen Geist. Also hier im Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Also Jesus sagt ihnen, er wird die Welt verlassen, aber es wird ein anderer Beistand an seiner Stelle sein. Und wie wird dieser Beistand aussehen? Der Heilige Geist ist nicht von der Welt begreifbar. Das ist eine wichtige Sache, die wir lernen müssen. Der Heilige Geist widerstrebt von Natur aus, der Welt. Warum? Die Welt wird vom Teufel regiert. Die Welt wird von Sündern regiert. Und ihr Vater ist der Teufel, wie wir im Epheser Kapitel 2 lesen. Und deswegen ist der Heilige Geist von Natur aus, allen Dingen, die in der Welt geschehen, die so weltlich sind, entgegengesetzt. Die Welt kann ihn nicht begreifen. Die Welt kann ohne seine Hilfe die Bibel, das Wort Gottes nicht verstehen. Und wir auch nicht. Also der Heilige Geist ist ein Geist, der der Welt und unserer weltlichen Kultur komplett entgegensteht. Viele Christen in der heutigen Zeit glauben, um relevant zu sein, um die Kirchen zu füllen, müssen sie der Welt ähnlicher werden. Und sie haben hier das Wesen des Heiligen Geistes versäumt. Der Heilige Geist von seinem Wesen her, von seiner Natur aus, wird niemals der Welt ähnlicher werden. Und deswegen ist die Frage auch an uns. Sind wir der Welt ähnlich? Sind wir der Welt ähnlich? Finden wir an Dingen gefallen, an denen die Welt gefallen findet? Geht es in unserem Leben hauptsächlich um Sport, um weltliche Dinge, um irgendwelche Vergnügen? Wenn dem so ist, dann könnte es sein, dass der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, nicht in uns ist. Der Heilige Geist wird in einem Christen, wird in unserem Leben eine Trennung zwischen uns und der Welt hervorrufen. Das macht er, das entspricht seinem Wesen. Er wird uns dahin führen, dass wir anders sind als die Welt und anders leben als die Menschen in der Welt. Lesen wir weiter. Vers 18. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe. Sollt auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Auf diesem Vers beruht immer das Gebet, das ich für uns bete. Dass der Herr uns mehr von Christus offenbart. So viele Menschen, und wieder hake ich auf der charismatischen Bewegung rum, so viele Menschen in der charismatischen Bewegung wollen vom Himmel sehen, berichten von Reisen im Himmel und allen möglichen wunderbaren Sachen. Und dann schaut man ihre Leben an und man sieht, dass sie nicht heilig leben. Dass sie, wie Todd Bentley zum Beispiel, andere Frauen haben als ihre eigene Ehefrau. Was für einen Schluss finden wir dann? Sie leben im Betrug. Es ist nicht der Heilige Geist, der sie leitet. Warum? Weil hier verspricht Jesus, dass wer ihn liebt und seine Gebote hält. Also er sagt, wer ihn liebt, der wird seine Gebote halten. Wenn wir sagen, dass wir Jesus lieben, aber wir halten seine Gebote nicht, dann lügen wir. Dann lieben wir Jesus nicht. Aber wer ihn liebt, steht hier im Vers 21, dem wird Jesus sich offenbaren. Und das ist meine Hoffnung, das ist mein Gebet. Ich bete, dass der Herr Jesus Christus uns ein größeres und größeres Bild von ihm schenkt. Wer er ist, was er getan hat. Das ist der Treibstoff unseres christlichen Lebens. Wenn wir erkennen, wer Christus ist und was er getan hat und darin all unsere Freude finden, das bringt uns vorwärts, das motiviert uns. Deswegen bitte ich, dass der Herr dieses Versprechen wahrmachen möge unter uns und uns diese Offenbarung von sich schenkt. Vers 22, da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm. Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Hat Jesus die Frage von Judas beantwortet. Judas fragt ihn, Herr, wie kann es sein, dass du dich nur uns offenbarst und nicht der Welt? Und Jesus sagt zu ihm, der Vater und ich werden kommen. Und er impliziert damit genau diese Antwort, dass der Vater und der Sohn der Welt entgegenstehen und weil der Heilige Geist zusammen mit dem Vater und dem Sohn Wohnung in uns nehmen, durch den Heiligen Geist, so kann auch die Welt den Geist Gottes nicht empfangen und wir können auch nicht weltlich sein, wenn wir diesen Geist haben. Es ist Gottes Natur und die Natur des Sohnes, dass sie den bösen Machenschaften der Welt komplett entgegenstehen. Hier steht auch, dass der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist in uns Wohnung nehmen. Also der Heilige Geist ist in uns, ist repräsentativ, ein schwieriges Wort, für Vater und Sohn. Und ich glaube, das ist eine erstaunliche Sache. Wir lesen da so rüber, aber ihr dürft nicht vergessen, Jesus spricht zu Menschen, die des Alten Testamentes kundig sind. Die Apostel haben verstanden, dass als Jesaja dem Vater begegnet ist, dass er fast gestorben wäre. Und all die anderen Propheten auch, die dem Vater begegnet sind, sind gestorben. Jesaja hat gesagt, wehe mir, ich vergehe. Also wie kann dieser Dreieine Gott in uns Wohnung nehmen und wir bleiben am Leben? Ich glaube, hier in diesem Vers und in einem, den wir noch lesen werden, müssen wir verstehen, was der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, dem Alten und dem Neuen Testament ist. Ich habe vor zwei, drei Wochen mit einer Bekannten, die nach Kanada ausgewandert ist, geschrieben, eine ganz liebe Freundin aus meiner Kindheit und ich weiß nicht mehr, was der Kontext war. Und es ging um den Heiligen Geist und sie hat gesagt, der Heilige Geist war ja im Alten Testament noch gar nicht da. Und das zeigt mir, was für ein schwaches Verständnis vom Heiligen Geist in den meisten Gemeinden gepredigt wird. Abraham ist nicht gerettet worden ohne den Heiligen Geist. David ist nicht gerettet worden ohne den Heiligen Geist. Die Propheten im Alten Testament haben nicht geweißt, sagt, ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war immer schon in der Welt und es hat noch niemals einen Menschen gegeben, der ohne den Heiligen Geist errettet worden ist. Aber was sagt er hier? Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und das ist genau das Versprechen über den Heiligen Geist des Neuen Testamentes. Wie kann es möglich werden? Ganz einfach, durch die Vergebung von Jesus Christus im Kreuz. Kennt ihr das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann? Es ist eine kleine Exkurse, ihr werdet gleich sehen, wie es mit unserem Thema hier zu tun hat. Als Jesus das Gleichnis berichtet von Lazarus, der stirbt und der reiche Mann stirbt auch und sie sind beide im Sheol, im Totenreich. Also sie sind beide im Totenreich, aber wir sehen im Totenreich gibt es einen Teil, wo die Verlorenen aufbewahrt werden fürs Gericht und einen zweiten Teil, und das wird getrennt durch einen großen Graben, dieser zweite Teil heißt der Schoß Abrahams, wo die Toten, die gläubig waren, getröstet werden bis auf Christus hin. Und dann lesen wir bei Paulus. Paulus sagt, zu gehen, zu sterben heißt präsent sein bei Christus. Das heißt, wir können annehmen, dass Jesus, als er tot war, ins Totenreich gegangen ist und all die Gläubigen, die gehofft haben auf Christus hin, aus dem Schoß Abrahams in die Herrlichkeit zum Vater mitgenommen hat. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir sterben, noch in den Schoß Abrahams kommen, weil mit dem Tod von Jesus Christus ist die trennende Wand zwischen Gott und den Menschen weggegangen. Und deswegen mussten die Menschen nicht mehr an einem tröstenden Ort aufbewahrt werden, sondern es war erledigt, sie sind gereinigt von ihren Sünden und sie können zum Vater. Und das ist genau das, was wir hier auch sehen. Im Alten Testament war das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, mit dem Dreieinen Gott nicht so möglich, weil die Reinigung durch das Blut von Jesus Christus nur hinschauend geschehen ist, aber noch nicht eingetroffen ist. Das ist das, was Jesus Christus im Kreuz bewirkt hat für uns. Er hat uns gereinigt von unseren Sünden, damit wir den Dreieinen Gott tatsächlich in uns empfangen können, ohne zu sterben. Wir sehen im Neuen Testament mit Ananias und Saphira, die den Heiligen Geist belogen haben, dass sie gestorben sind im Neuen Bund, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Das bedeutet, der Vater, der Sohn und der Geist in uns sind keine abstrakte Theorie, wie die Katholiken sagen. Die Kinder gehen zur Kommunion, da passiert irgendwas Magisches, was sich nicht wirklich zeigt. Das ist nicht das, was der Heilige Geist in uns ist. Sondern es ist der Dreieinig Gott, der jetzt im Neuen Bund auf eine neue Art und Weise in uns Platz nehmen kann, dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Wer läutet? Gut, also, lesen wir weiter. Wer mich liebt, Vers 24, der befolgt mein Wort nicht. Entschuldigung. Wer mich liebt, der befolgt meine Worte. Ah, brauchst du leckere Brille. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist auch ein Vers, der oft verdreht wird. Ich habe vor einiger Zeit auf Facebook es mir nicht nehmen lassen, eine katholische Jugendgruppe zu kommentieren, die sich einsetzen gegen Abtreibung. Ich habe geschrieben, Leute, das ist super, was ihr da macht, aber habe sie gerügt, weil sie prozessierend mit Marienstatue vorgeprescht sind. Und dann kam dieser Vers, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen wird. Und sie sagen, es bedeutet, dass auch aus der Bibel heraus noch eine Neuoffenbarung des Heiligen Geistes möglich ist und er solche Dinge wie Marienverehrung noch geben kann. Das ist nicht das, was dieser Vers hier lehrt. Lesen wir nochmal. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Erfüllung von diesem Vers ist in diesem Vers. Johannes hat, als er diese Worte von Jesus gehört hat, nicht mitgeschrieben, sondern später haben die Augenzeugen von Jesus all das niedergeschrieben, woran sie der Heilige Geist erinnert hat, dass Jesus es gesagt hat. Seht ihr das? Erstens das. Zweitens werden wir heute noch einen zweiten Vers lesen, wo es heißt, dass der Heilige Geist uns in mehr Wahrheit fühlen wird, als Jesus jetzt offenbaren kann. Und das ist passiert, Freunde. Wir haben hier Paulus und Petrus, die das Werk von Jesus Christus mehr ausgelegt haben als Jesus selbst. Wir haben in der Bibel die Erfüllung von diesem Vers dadurch, dass die Apostel bereits die Erklärung vom Heiligen Geist bekommen haben, was Jesus gesagt hat und im Römerbrief, im Epheser, im Korinther, in all diesen Briefen aufgeschrieben haben für uns. Es ist nichts anderes als das, was Jesus gesagt hat, aber es ist eine tiefere Erklärung in der Kraft des Heiligen Geistes. Versteht ihr das? Erstens das und zweitens bedeutet dieser Vers natürlich auch, dass wenn wir uns mit dem Wort Gottes sättigen und wir haben eine Situation, wo es gebraucht wird, uns der Heilige Geist erinnern wird an die Worte von Jesus. Sei es an die Worte von Jesus durch die Propheten im Alten Testament oder an die Worte von Jesus durch den Paulus im Römerbrief oder sei es durch die Worte von Jesus direkt in einem der Evangelien. Im Prinzip kommt die ganze Bibel von Jesus Christus, vom Dreieinigen Gott, ist sie eingehaucht. Also, primär heißt es, der Heilige Geist hat uns Briefe geschenkt, die uns die Theologie von Jesus Christus weiter erklären. Tiefer als Jesus das selbst getan hat, weil zu diesem Augenblick es keiner noch fassen konnte. Das bedeutet nicht, dass wir in der heutigen Zeit neue Offenbarungen haben, die sich mit dem Heiligen Geist widersprechen und wir werden das noch sehen. Schauen wir weiter bitte in Johannes Kapitel 16, Verse 5 bis 15. Das ist nur eine Seite weiter. Also, Johannes Kapitel 16, Verse 5 bis 15. Da lesen wir. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Nein, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voller Traurigkeit. Das weist auf das hin, was ich vorher gesagt habe. Sie haben Jesus erwartet als den Herrscher, den König. Und auch sie sind enttäuscht und fragen sich, was es soll, dass Jesus auf einmal sterben muss. Dass er weltlich betrachtet, wie ein Fehlschlag aussieht. Aber nur weltlich betrachtet. In Wahrheit ist es der größte Sieg, der jemals errungen wurde im Universum. Aber die Jungen sehen das zu diesem Zeitpunkt nicht und deswegen tröstet Jesus sie. Wir lesen weiter im Vers 6, im Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Warum kann Jesus Christus den Beistand nicht zu uns senden, wenn er nicht hingeht? Er sagt, dass einen Tag vor seinem Tod am Kreuz, wenn er nicht ans Kreuz geht und das Erlösungswerk nicht tut und die Reinigung von unseren Sünden nicht vollendet, dann kann er den Heiligen Geist, der die Dreieine Gottheit repräsentiert, nicht zu uns schicken. Weil er heilig ist. Weil die Vergebung nicht so vollendet ist, dass er in uns wirklich Platz nehmen kann. Deswegen musste Jesus Christus hingehen und sein Werk vollenden, damit es geschehen kann, was er hier verspricht. Und dann muss ich mich bei euch entschuldigen im Vers 8. Der Vers 8 steht hier, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von der Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und ich habe bisher immer gedacht, dieser Vers bedeutet in erster Linie, dass der Heilige Geist in einem Menschen ihn von Sünde überführt. Und das ist natürlich das, was der Heilige Geist tut. Das ist wahr. Aber das ist nicht die primäre Aussage von diesem Vers. Warum nicht? Wegen den Versen, die noch folgen. Wir lesen hier. Und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann erklärt Jesus, was er meint. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. steht vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Schauen wir uns das nochmal an. Von Sünde aber, weil sie nicht an mich glauben. Und vorher steht hier, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Was bedeutet das Wort überführen? Der Heilige Geist überführt die, die gläubig werden, indem er uns von unserer Sünde überführt. Aber das ist nicht die einzige Bedeutung vom Wort überführen. Überführen kann auch meinen, wie in einem Gericht, jemanden von Sünde überführen. Das heißt nicht, dass derjenige unbedingt sich jetzt schlecht fühlt und sich selbst überführt fühlt, aber überführen kann hier bedeuten, als schuldig erklären, als schuldig aufzeigen. Das ist, was der Heilige Geist tut. Warum? Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde, weil sie nicht an Jesus glauben. Weil sie nicht gereinigt sind von ihren Schulden. Deswegen ist die Sünde noch da. Sie steht noch auf ihrem Konto. Sie muss noch bezahlt werden. Und deswegen überführt der Heilige Geist die Welt von Sünde, von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Also, was ist hier gemeint? Die Auferstehung und die Himmelfahrt. Jesus Christus ist auferstanden und erhöht worden. Warum? Um zu zeigen, dass er Gott ist. Wenn Jesus Christus tot geblieben wäre, dann hätte die Welt Recht behalten. Dann hätten die, die ihn gekreuzigt haben, Recht behalten, dass er ein Sünder ist. Warum in der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus hat den Lohn der Sünde an unserer Stelle empfangen, aber weil er kein Sünder war, hat ihn der Tod nicht halten können. Jesus Christus hat keine Vergebung und keine Gnade vom Vater gebraucht, die ihn wieder auferweckt, sondern weil er schuldlos ist, ist er wieder auferstanden und ohne zu sterben noch einmal beim Vater in den Himmel durch eine Entrückung aufgenommen werden. Also, wenn Jesus Christus gestorben wäre und tot geblieben wäre bis zum heutigen Tag, dann würde es zeigen, dass er ein Sünder ist wie du und ich, wie wir. Aber er ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren, um zu zeigen, dass sein Tod am Kreuz für uns eine Sühne war, dass er Gott ist und dass er unschuldig dort gestorben ist. Und was macht das? Das offenbart, vor der ganzen unsichtbaren Welt und vor der sichtbaren Welt, vor dem Gericht Gottes, dass die Welt Sünde ist, dass sie ihn aus Sünde verdammt haben, das überführt und stellt die Welt als sündhaft dar. Weil er auferstanden ist, weil er gezeigt hat, dass sein Tod und seine Verdammnis, seine Nichtannahme von der Welt aus purem Hass Gott gegenüber, aus purer Ablehnung Gott gegenüber gekommen ist. Wir lesen weiter hier im Vers 11 von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist spricht die Welt schuldig. Warum? Weil der Vater der Welt gerichtet ist. Vom Gericht steht hier, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist und mit dem Fürsten dieser Welt ist die Welt gerichtet und alle seine Kinder. Seht ihr das? Also, der Heilige Geist wird die Welt immer schuldig sprechen. Das ist das, was die Propheten getan haben, oder? Die Propheten sind immer aufgetreten und haben die Welt schuldig gesprochen. Sie haben ihre Sünde beim Namen genannt und sie zu Buß und Umkehr gerufen. Sie haben die Welt auf eine Art und Weise sogar verdammt. Sie waren Zeugen Gottes, wie verdorben die Menschheit ist und dass das Gericht Gottes, was sie senden wird, absolut gerecht ist. Ich glaube, dass dieser Vers sogar auch eine Anspielung ist auf das Gericht Gottes gegenüber der damalig bekannten Welt 70 nach Christus. Rom ist gefallen, Israel ist untergegangen und die Auferstehung von Jesus Christus am Kreuz ist die Überführung des Heiligen Geistes, wie sündhaft die Welt ist und dass das Gericht Gottes, was er senden wird, was er immer wieder sendet und was er schon gesendet hat, absolut gerechtfertigt ist. Versteht ihr, was ich meine? So, für unser Leben, was müssen wir uns merken? Der Heilige Geist ist in uns einer, der die Welt von Sünde überführt. Wir bieten die Vergebung von Jesus Christus an. Wir zeigen auf Christus und seine Vergebung, aber durch den Heiligen Geist sind wir Menschen, die mutig und ohne Scheu den Finger auf Sünde zeigen. Wenn jemand von uns sündigt, wenn jemand in der Welt sündigt, wir scheuen nicht, den Finger auf die Sünde zu legen. Das ist der Grund, warum die Apostel gestorben sind. Das ist der Grund, warum Johannes der Täufer seinen Kopf verloren hat, weil er durch den Heiligen Geist befeuert die Welt von Sünde überführt hat. Also, natürlich heißt dieser Vers hier auch, dass der Heilige Geist in uns, uns von Sünde überführen wird, aber es bedeutet in erster Linie, dass der Heilige Geist in der Welt ein Zeuge für Gott gegen die Welt ist, dadurch, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass die Welt wahrhaftig sündhaft und im Gericht Gottes würdig ist. Okay, und in unserem Leben zeigt sich das darin, dass wir auf Sünde in Liebe und immer mit dem Blick auf den Christus, der vergeben kann, hinweisen und hinzeigen. Das ist wichtig, Freunde. Das ist ganz wichtig, weil in vielen christlichen Kreisen so diese Idee entstanden ist und ich war kürzlich damit konfrontiert, dass es lieblos ist, auf Sünde hinzuweisen. Ist es. Und hier lesen wir, dass es der Natur und dem Wesen des Heiligen Geistes entspricht, seinen Finger auf Sünde zu legen. Das ist das, was dieser Vers hier klar lehrt. Okay, also lesen wir weiter im Vers 13, nein im Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Und dann im Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem meinen nehmen und euch verkündigen wird. Nun, hier lesen wir nochmal im Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Zu diesem Zeitpunkt war kein Raum da, den Römerbrief auszulegen. Systematische Theologie auszulegen. Verschiedene Bedeutungen vom Kreuz noch genauer auszulegen. Aber er verspricht, wenn jener kommt, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und das ist eingetroffen. Ja, wir haben den Apostel Paulus und Petrus, die inspiriert vom Heiligen Geist, uns durch diesen Geist in alle Wahrheit leiten. Wir haben ein größeres Verständnis hier in dem letzten Ende der Bibel von Jesus als noch hier auf dieser Seite. Das ist die Erfüllung von diesem Vers. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt vielleicht eine Neuoffenbarung bekommen und vielleicht jetzt Maria anbeten können, doch. Das bedeutet es nicht. Das bedeutet, dass die Bibel in sich geschlossen ist. Und mit der Offenbarung haben wir auch ein Buch, was zu diesem Zeitpunkt auf die Zukunft gewiesen hat. Also Jesus hat hier diesen Vers komplett erfüllt. Und zwar in unserer Bibel mit den weiteren Seiten, die wir hier haben und den weiteren Kapiteln. Und dann steht etwas ganz Entscheidendes im Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Merkt euch das, Freunde. Der Heilige Geist wird niemals Menschen verherrlichen. Er wird niemals sich selbst verherrlichen. Wir lesen in der ganzen Bibel so viel und die ganze Bibel ist durch den Heiligen Geist entstanden, aber trotzdem lesen wir relativ wenig über den Heiligen Geist. Warum? Der Heilige Geist ist einer, der nicht gern im Rampenlicht steht, sondern er ist einer, der auf Christus zeigt und seine Herrlichkeit. Was für eine Demütigkeit in diesem Gottes, oder? Was für eine Demütigkeit in diesem Geist liegt, im Heiligen Geist, der uns alles lehrt, der nicht auf sich selbst weist, sondern auf Christus. Das ist, was er tut. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was wir durch den Heiligen Geist lernen, in den Schriften, durch Erkenntnis der Schriften, ist direkt vom Gott, vom Vater und vom Sohn. Der Heilige Geist verherrlicht in Christus niemals Menschen. Also, wenn wir irgendeine Sache sehen, die anscheinend durch den Heiligen Geist kommen sollte, aber Christus nicht verherrlicht und nicht auf sein Evangelium direkt oder indirekt deutet, dann ist es nicht vom Heiligen Geist. Weil das ist, was er tut. Er verherrlicht immer Christus. Er verherrlicht keine Menschen, er verherrlicht nichts und niemanden, nicht mal sich selbst. Er verherrlicht in erster Linie Christus. Dann, schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an über den Heiligen Geist. Und zwar über die Schriften. 2. Timotheus 3, 14 bis 17, bitte. 2. Timotheus, bei deinem Marker 2. Tim, aber du brauchst nicht unbedingt aufschlagen, es ist nicht viel, was wir da lesen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Da spricht Paulus zu seinem Freund Timotheus. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also, wir sehen hier im Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort im Originaltext heißt Theopneustos, Gott gehaucht. Das ist das, was es wörtlich bedeutet. Es ist von Gott durch seinen Geist eingehauchten Menschen. Wir leben in einer Zeit, wo ein Religionslehrer und andere Menschen so darauf bedacht sind, die Bibel zu kritisieren. Sie lesen im Jesaja, dass Jesaja Kyros vorhergesagt hat und sie sagen, das kann nicht sein, Jesaja konnte Kyros nicht kennen, weil er zu einer ganz anderen Zeit gelebt hat und was sagen sie? Klar, es gab zwei Jesaja, ein Jesaja und ein Deutero Jesaja, der Deutero Jesaja hat Kyros gesehen und dann diese Sache im Nachhinein dazu geschrieben. Was sagt Paulus hier über die Schriften? Nein, er sagt, sie sind alle eingegeben von Gott. Er sagt nicht aufpassen, hier ist was verändert worden, da oder dort, sondern Paulus und Jesus und alle anderen Apostel halten das alte Testament für das unveränderbare Wort Gottes, das ernst zu nehmen ist und als von Gott kommend zu betrachten ist, so wie es da steht. Okay, also, alle Schrift, Vers 16, ist von Gott eingegeben, eingehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ist es nicht so, dass wir Bibelschriften haben, die wir lieber mögen als andere? Oder? Wer mag die Klagelieder schon? Aber alle Schrift, die ganze Bibel, der ganze Ratschluss Gottes ist wichtig für uns, um uns zu belehren. Wir können sogar aus den Geschlechtsregistern hier am Anfang unseres Neuen Testamentes sehen, dass Jesus Christus das Versprechen erfüllt, dass er der Sohn Davids ist. Und deswegen ist auch das nützlich zur Erbauung. Alle Dinge in der Bibel sind nützlich zur Belehrung, zur Erbauung, zur Zurechtweisung und deswegen ist es auch unsere Aufgabe als reife Christen die ganze Bibel immer und immer wieder durchzulesen. Wir können nicht sagen, das alte Testament ist irrelevant, sondern wir müssen es lesen, weil es auch, genauso wie das neue da ist, um uns zu belehren, um uns zurechtzurechten, um uns zu erbauen, um uns von Gott etwas zu zeigen. So, und dann aber, was wir uns hier auch unbedingt merken müssen, der Heilige Geist hat die Bibel gegeben. Das bedeutet, keine seiner Wirkungsweisen wird jemals dem, was geschrieben steht, widersprechen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Ja, es wird heute die Bibel verdreht, es wird gesagt, es steht geschrieben, ich will Neues wirken. Ja, wenn Gott im Alten Testament auf Christus hinweist, sagt er, ich will Neues wirken. Und das ist wahr. Christus ist vollkommen neu. Er bringt einen neuen Bund, eine neue Wirkungsweise Gottes, etwas nie dagewesenes. Und diese Bibelstelle im Alten Testament, ich glaube, sie steht im Jesaja irgendwo, sagt Gott, ich will Neues wirken. Und die Leute heute, die die Bibel so ichzentriert lesen, sagen, ich will Neues wirken. Das heißt, der Heilige Geist wirkt im Jahr 2020 und 21 und vorwärts anders als in der Bibel. Freunde, das ist nicht der Fall. Der Heilige Geist hat uns die Bibel geschenkt. Das heißt, er wird niemals wirken auf eine Art und Weise, die sich mit der Schrift widerspricht. Sein Wirken ist so, wie es hier für uns festgehalten ist. Was sehen wir in der Bibel? Wir sehen Menschen in Zungen sprechen, wir sehen Weissagungen, die gemessen werden am Wort Gottes. Wir sehen Warnungen Gottes, dass wir falsche Propheten entlarven sollen. Wir sehen Befreiungen von Sünden und von Dämonen. Wir sehen all diese Dinge. Und wenn heute irgendjemand kommt und sagt, er muss einen Sozodienst einführen, weil der Heilige Geist wirkt neue Dinge, muss ich sagen, tut mir leid. Der Heilige Geist wirkt das, was er selbst in diesem Buch hier offenbart hat. Nichts Neues. Wenn irgendjemand mit einer neuen Methode kommt oder einer neuen Sache, ist sie abzulehnen, weil der Heilige Geist wirkt genauso, wie er sie in seinem eigenen Buch offenbart hat. Schauen wir uns noch ein paar andere Wirkungsweisen des Heiligen Geistes an in 1. Thessalonicher Kapitel 5. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Wo ist mein Thessalonicher? Werde gestohlen. Dankeschön. Also, 1. Thessalonicher 5 und zwar Verses 6 bis 8 Lesen wir. Es ist nicht viel, Josef. Wenn du es nicht findest, lasst es. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wach sein und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also, die Menschen leben so, als würde Gott nicht sehen, was sie tun. Sie leben in der Finsternis, im Verborgenen. Zumindest glauben sie das. Wir aber, wir wissen, wir gehören dem Tag an, dass alle Dinge im Licht sind, die wir tun. Wir leben so, wie Menschen am Tag leben. Auch in der Welt, wenn jemand um den Vormittag betrunken ist, heißt es sogar unter verdorbenen Menschen, schau da den an, der ist am Vormittag betrunken. Warum? Es gibt gewisse Dinge, die nur nachts üblich sind zu tun. Unreinheiten, Ehebruch, im Schutz der Dunkelheit, ins Bordell fahren, all diese Dinge passieren nachts. Und wenn sie tagsüber passieren, sagt sogar aktuell noch, ich glaube, das wird auch bald vergehen, aber aktuell noch, sogar die verlorene Welt, schaut ihr das an, das gehört sich nicht am Tag. Also, wir leben so, als würden wir dem Tag angehören. Wir leben lauter und heiliger werden in der Heiligung von Christus, weil wir wissen, wir sind im Tag. Alle Dinge, die wir tun, sind vor Gott vollkommen offenbar. Und wir wollen auch nichts tun, was der Nacht angehört, weil wir Menschen des Tages sind. Okay, aber was steht hier noch? Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Das ist das, was der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist ein absolut nüchterner Geist. Das heißt nicht, dass er uns nicht schöne Emotionen schenkt, dass er uns nicht von Christus zeigt und wir in Tränen erkennen, was Christus getan hat und große Emotionen haben, aber vom Prinzip her ist der Heilige Geist einer, der uns auf eine nüchterne, nicht verwirrte, klare Art und Weise auf Gott zeigt. Ja, und wenn wir dann sehen, wie eine Heidi Baker betrunken auf der Bühne liegt, nicht weil sie Alkohol getrunken hat, sondern weil das der Heilige Geist unter Anführungszeichen bewirkt, können wir sehen, der Heilige Geist ist ein nüchterner Geist. Er ist keiner, der Trunkenheit fördert. Er ist keiner, der Verwirrung in Menschen fördert. Er ist ein klarer und nüchterner Geist und alles, was verwirrt ist, was nicht klar ist, was betrunken ist, das ist nicht vom Heiligen Geist, Freunde. Okay, also schauen wir uns noch eine weitere Stelle an, das ist unsere letzte für heute im 1. Korinther 14, 1. Korinther Kapitel 14, 1. Korinther Kapitel 14, 31 bis 40. Also, da haben wir es. Da spricht Paulus über die Ordnung im Gottesdienst. Und da lernen wir auch ein paar Sachen über das Wesen Gottes. Da steht, denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weiß sagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Paulus rückt die Korinther und Korinth war vielleicht ein bisschen übercharismatisch, wie viele Gemeinden heute. Da war durcheinander. Wenn Paulus sich berufen fühlt, sie zu ermahnen, dass einer nach dem anderen weiß sagt, können wir vielleicht darauf schließen, dass eventuell die Leute gleichzeitig geweissagt haben und durcheinander geredet haben und jeder hat sich vorgedrängt, seine Geistesgabe zuerst darbringen zu wollen. Das war der Kontext. Sie waren nicht ordentlich, sie waren wild. Und Paulus sagt, wenn Geistesgaben kommen, wie sollen sie geschehen? Sie sollen einen nach dem anderen geschehen, nach einer gewissen Ordnung, nicht durcheinander. Warum? Er sagt uns gleich, warum und hier sagt er, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die Geister der Propheten andere sind als der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist in einem gewissen Sinne einer, der keinen Menschen drängt. In dem Sinne, wenn jemand etwas vom Heiligen Geist empfangen hat und ein anderer spricht gerade, so kann man nicht sagen, der Heilige Geist hat mich übermannt, etwas zu sagen, sondern er ist einer, der zulässt, dass wir schweigen, solange wir schweigen müssen und das, was er zu sagen hat, in einer ordentlichen, angebrachten Zeit sagen. Er ist keiner, der uns übermannt und uns zwingt, zu sagen, was er uns geben möchte, sondern er gibt uns Offenbarungen von sich selber, er gibt es Geistesgaben, ganz verschiedene und es ist gegeben, dass wir diese anwenden, wenn es angebracht ist. Okay, dann lesen wir weiter. Paulus sagt hier, warum das der Fall ist. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Also Paulus sagt hier, überall gleich ist Gott ein Gott der Ordnung und ein Gott des Friedens. Er ist kein Gott der Unordnung und deswegen sollen auch unsere Leben und unsere Gottesdienste nicht wild durcheinander, sondern in Ordnung, in Zurückhaltung, in Liebe und in angebrachter Art und Weise und Manier stattfinden. viele charismatische Versammlungen, wo Lachen im Geist praktiziert wird, wo Wüste, Ausbrüche des sogenannten Heiligen Geistes stattfinden und man würde diese Bibelstelle zitieren, würde man rausgeworfen werden. Gott ist ein Gott der Ordnung und seine Gaben, die wir nicht verleugnen, wir glauben, dass Gott Gaben schenkt heute, die laufen gemäß dem ist, wer er ist. Sie laufen gemäß dem ab, wer er ist. Ein Gott der Ordnung. Sie laufen ordentlich ab. Also lesen wir weiter im Vers 34. Eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Also, das Thema Frauen in der Gemeinde. Paulus schreibt, Frauen dürfen beten, weiß sagen, aber sie sollen sich unterordnen. Und ich glaube, wir müssen Unterordnung richtig verstehen, denn Christus ordnet sich dem Vater auch unter. So ordnet sich der Geist dem Sohn unter und wir dem Geist unter. Und dem Sohn. Also Unterordnung ist keine Machtbeziehung, sondern eine Frage von Ordnung und von Autorität. Wir haben darüber schon oft genug gesprochen, ich möchte jetzt nicht tiefer darüber eingehen. Aber auch das ist eine Bibelstelle, die in den meisten Gemeinden gänzlich verschwunden ist. Es ist den Männern gegeben, Pastoren zu sein und zu lehren. Und ich glaube, es ist eine große Schande, dass die meisten Männer nicht in der Lage sind, in ihren eigenen Familien rechtmäßig zu lehren. Hier steht, dass die Frauen, wenn sie etwas wissen wollen, nicht aufplatzen sollen, nicht die Gemeinde aufhalten und stören sollen und fragen sollen, was gemeint ist. Ich glaube, bei uns in unserem kleinen Rahmen ist es etwas anderes, wenn jemand etwas fragt, aber stellt euch mal vor, eine Gemeinde mit 100 Leuten auf einmal springt dann auf, ich verstehe es nicht. Was ist das für eine Unordnung? Ich glaube, sowas ist hier gemeint. Und diese Frauen sollen daheim ihre Männer fragen. Ehrlich? Welche Männer sind heutzutage so weit, dass sie die Fragen ihrer Frauen nicht beantworten könnten? Das ist eine Sache, in der wir täglich im Gebet sein müssen. Dass wir Männer sind, die unserem Haus auch recht vorstehen können, in einer Sache, dass wenn theologische Fragen auftauchen, dass wir sie tatsächlich beantworten können. Dass wir Gott so gut kennen und sein Wort, dass wir auch wirklich die Fragen beantworten könnten. Klar, es kann nicht jede einzelne Frage beantwortet werden von uns, weil die Bibel einfach so unbegreifbar ist, aber es ist die Aufgabe von uns Männern, die Bibel zu kennen und Gott zu kennen und hohe Priester über unsere Familien zu sein. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin so traurig. Es gibt so, so viele Beispiele, wo das absolut umgekehrt ist. Wo die Männer, wenn sie theologische Fragen hätten, zu ihren Frauen gehen müssten. Freunde, das soll es nicht sein. Sondern bemüht euch als Männer, als hohe Priester über euer Haus, die Extrameile zu gehen. Gott kennenlernen zu wollen. Die Schriften kennenlernen zu wollen. Und wenn ihr keine Pastoren seid und ich predige in der Gemeinde dann nur deswegen, dass ihr eure Familie vorstehen könnt. Dass ihr eure Kinder in der Weisheit Gottes erziehen könnt. Und dass ihr ihnen von Gott etwas erzählen könnt. Das ist ganz, ganz wichtig und heute so vernachlässigt. Also, dann lesen wir weiter. Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein im Vers 37 oder geistlich er erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Das erinnert mich an etwas. Wir haben ja in unserer Gemeinde beschlossen, dass wir dem Korintherbrief folgen und die Frauen sich bedecken. Und das ist von allen Frauen so gewollt. Und das ist, glaube ich, etwas, das dem Herrn Freude bereitet, dass wir seinem Wort gehorchen wollen. Und die Menschen, die sich am allergeistlichsten fühlen, die sich am aller Autorität behaftetst fühlen, das war jetzt kein deutsches Wort, kein deutscher Satz, aber das sind diejenigen, die am meisten widersprechen. Und der Apostel Paul, Paulus weiß das und deswegen schreibt er diesen Wert, diesen Vers. Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Die Propheten, die in Korinth groß waren, die waren versucht, Paulus zu widersprechen und seine Autorität anzuzweifeln, die er als Apostel hat. Und deswegen hat er gesagt, merkt euch, nicht ich schreibe euch diese Worte, sondern sie sind Worte von Gott direkt. so wie alle anderen Briefe von Paulus, weil sie heiliges Wort Gottes sind, geschriebenes, eingehauchtes Wort Gottes. Und deswegen macht er von seinem Recht Gebrauch, auf sein Apostelamt hinzuweisen. Und noch eine Sache, man liest heute immer so viel von menschlichen Aposteln. Ich habe letztens gelesen auf Facebook, Apostel, so und so, ist zu Gast dort und dort. Freunde, es gibt im Neuen Testament keine Apostel mehr. Apostel sind Menschen, die von Christus direkt eingesetzt worden sind zum Dienst. Und es sind Menschen, die die Erkenntnis des Herrn Jesus durch sein Wort vorangetrieben haben. Klar, nicht alle Apostel haben Heilige Schrift geschrieben, sondern sie sind alle in die Welt ausgegangen und haben Kirchen gegründet. Sie haben Kirchen etabliert, sie haben die Weltkirche aufgestellt. Und wenn wir sehen in der Offenbarung, da sehen wir das neue Jerusalem fußt auf zwölf Grundsteinen. Und was steht auf diesen Grundsteinen drauf? Die Namen der zwölf Apostel. Also, das ist genau das, was sie gewirkt haben. Sie sind die Grundsäulen, die menschlichen Grundsäulen der Kirche gewesen. Und neue Säulen gibt es keine. Deswegen gibt es auch heute in der Neuen, im Neuen Bund keine Apostel mehr. Also jeder, der sich als Apostel bezeichnet, der ist einer, der sich mehr anmaßt zu sein, als er sein kann. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommt, sich als Apostel zu bezeichnen. Amen, Bruder. Also Evangelist, ja, ein Evangelist ist einer, der das Evangelium verkündigt. Oder ein Lehrer. All diese Dinge sind vorhanden. Wir haben viele Bibellehrer. Aber Apostel sind keine mehr vorhanden. Und deswegen kann Paulus, weil in Korinth keine Apostel sind, auch hier auf seinen Aposteldienst sich berufen und sagen, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Gottes, die ihre. Okay. Also, merkt euch heute, der Heilige Geist hat dieselben Eigenschaften Gottes, weil er ein Teil der Gottheit ist. Er ist Teil der Dreieinen Gottheit. Okay. Und deswegen hat er die gleichen Eigenschaften Gottes. In Gott gibt es keine Trennung. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass im Alten Testament der Heilige Geist gewirkt hat, aber anders gewirkt hat, weil das Werk von Jesus Christus am Kreuz noch nicht vollendet war. Und weil es jetzt vollendet ist, kann der Heilige Geist repräsentativ für Vater und Sohn in uns Platz nehmen, was vor dem Tod von Jesus Christus nicht notwendig war. Oder nicht möglich war. Es war auf diese selbe Art und Weise nicht möglich. Okay. Und wenn wir das verstehen, ersparen wir uns ganz viel Verwirrung über den Heiligen Geist. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war so verwirrt über den Heiligen Geist. Ich habe gesehen, Menschen, die in Zungen sprechen, die aber gar nicht heilig leben, die teilweise wieder in die Welt gehen. Und wenn wir verstehen, wie der Heilige Geist wirkt und was er tut, dann ersparen wir uns ganz, ganz viel Verwirrung. Auch über die Wirkungsweisen durch die Taufe des Heiligen Geistes. Und ja, also, kommen wir zu unserem Ende. Amen. Möchtet jemand etwas dazu sagen oder darüber sprechen? Nicht? Gut.